Heya und herzlich willkommen zurück, meine Möwen! Ich bin's, eure Windfischi und heute beantworte ich eure Fragen und ich würde sagen, los geht's! So, ich hatte nämlich im Juni auf meinem Discord, dem Möwenthal, einen Fragen-Thread erstellt, extra für FragFischi4. Das bedeutet, heute habe ich nur Fragen aus dem Discord für euch und ich würde sagen, wir fangen einfach ganz chronologisch an. Ich bin mal gespannt, wie lange das ganze Video werden wird. Ich denke, nicht ganz, ganz so lange, als nicht so viele Fragen sind oder aber, ich schweife mal wieder richtig ab. Wir warten's ab, aber ich würde sagen, wir starten gleich mit der ersten Frage und das ist eine Frage von Glashase, der fragt, wie geht's dir? Das ist eine gute Frage. Die Standardantwort auf, wie geht's dir, ist dir eigentlich gut? Ich sag mal so, zum Zeitpunkt der Aufnahme, wir haben Anfang Juli, mir geht's gut. Ich kann mich nicht beschweren, es regnet gerade, aber ihr, ihr da draußen, ihr seht das erst wahrscheinlich Ende August. Aber ja, mir geht's gut. Wie geht's dir? Als nächstes kommt dann ein etwas größerer Fragenkatalog von Mac. Als erstes fragt er, warum? Naja, weil Luigi halt geil ist. Ich weiß auch nicht, wer toll ist, ist halt toll, ne? Also kann man nichts machen. Und die zweite Frage ist, sind wir bald da? Wir haben Moves schon längst erreicht. In Animal Crossing, New Horizons, haben wir den Möwenkontinent endlich erreicht. Die dritte Frage ist, was gab es heute zum Frühstück? Heute gab es Toast und Saft. Nicht sehr spannend, aber... Naja, ich sag mal so, was isst ihr denn so standardmäßig in der Woche? Stimmt, was isst ihr eigentlich so standardmäßig in der Woche als Frühstück? Hört mir das mal unten in die Kommis. Ich bin echt gespannt. Die nächste Frage lautet, wie hoch ist dein Tetris Highscore? So, ehrlich gesagt, ich hab noch nie... Ich hab noch nie drauf geachtet. Also ich hab Tetris damals gespielt, ja halt auf dem Gameboy. Dann hatte ich noch hier diese... Kennt ihr noch diese nachgemachten Dinger, die nicht aussahen wie ein Gameboy, aber da waren nur so Tetris-Sachen drauf zum Spielen, die es mal ganz billig überall zu kaufen gab. Ich hab so immer Tetris gespielt, aber ich hab mich noch nie, ehrlich gesagt, für den Highscore interessiert. Genauso nicht wie bei Super Mario Bros. oder Pac-Man. Mir waren Highscores eigentlich schon immer relativ wumpe. Wurde Pac-Man 4 nun angekündigt? Fragt Mac als nächstes. Nun, zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht. Aber wir bekamen Luigi's Mansion 3. Wir bekommen jetzt Pokémon Snap. Und sagen wir es mal so, von den Spielen, die ich noch erwarte als Fortsetzung, fehlt eigentlich nur noch Pac-Man 4. Nintendo? Ne? Ich warte. Die nächste Frage ist, wann spielst du wieder Luigi Maker im Stream? Gut, sagen wir es mal so, es war letzte Woche. Ich hab's natürlich letzte ganze Zeit lang nicht gespielt, eben wegen dem Umzug und dem ganzen Tra-Ra-Ra. Hat sich da nicht so ergeben, aber wir haben es bereits schon wieder gespielt. Wir haben dann Sheepies World Grüße und auch an dich rausschiebt. Ich kann euch gerne mal den Level-Code zu der Moo-Welt unten in die Kommentare packen. Also zu Luigi's, äh, Super Mario Maker 2. Ich sag immer Luigi Maker. Dann könnt ihr es selber mal nachspielen und dem lieben Sheep auch mal gerne ein Herzchen da lassen. Würde mich mega freuen. Die nächste Frage ist, wann kommt der Fischi-Podcast? Es gibt ja auf meinem Kanal, war das letztes Jahr Weihnachten, zweiteiligen Podcast? Also es gibt ihn schon. Nur habe ich bisher noch nicht eine weitere Folge aufgenommen. Mein Jahresrückblick, genau. Den habe ich, glaube ich, als Podcast aufgenommen gehabt. Ich kann euch den auch gerne, ich glaube hier, hier verlinken. Ich weiß nicht, weil ich ja am Vorproduzieren bin, das habe ich ja am Anfang des Videos gesagt, ob ich das nicht auf meiner Liste sogar stehen habe, ein Podcast-Thema. Kann ich dir jetzt so aus dem Kopf nicht sagen, weil ich gerade aktuell wirklich so versuche, meine Liste abzuarbeiten, dass ihr dann vielleicht für so ein, zwei Monate ein bisschen was zum Gucken habt. Während ich dann aktuell, sage ich mal, wahrscheinlich um diesen Zeitpunkt schon mit anderen Sachen beschäftigt sein werde. Die nächste Frage ist, welches Hobby wolltest du schon immer mal ausprobieren, hast es aber noch nicht? Ich habe schon so viel gemacht, das ist ja das Schlimme. Ich bin dann ja auch immer jemand, der dann so sagt, das interessiert mich, ich probiere es jetzt aus. Oh, was ich gerne machen würde, aber das ist kein Hobby, ist, ich würde gerne mal einen Kratzbaum selber bauen für meine Katzen. Aber da fehlt mir das Holz und das Werkzeug für. Ich hätte das als, was ich noch nicht ausprobiert habe, ja, dann nehme ich jetzt den Kratzbaum. Ich würde gerne nämlich einen Kratzbaum bauen für meine Katzen für den Balkon. Da brauchst du ja auch Echtholz für, das musst du ja jetzt vorher noch lasieren, etc. Und du brauchst auch dementsprechend Werkzeuge, damit du das Ganze zusammenbauen kannst. Das wäre für mich jetzt ein Hobby, was ich gerne ausprobieren würde. Und dann hätte ich auch noch was für meine Katzen, das finde ich cool. Das würde ich gerne machen. Die nächste Frage lautet, was ist deine größte Angst? So, noch ein kleiner Nachtrag, weil ich gerade den Akku wechseln musste. Geisterhäuser. Die finde ich gruselig. Also so ein Horrorhaus oder so ein Horror, also Horrorfilme, Horrorhaus. Davor habe ich Angst. Also die finde ich echt furchtbar. Oder Horrorspiele. Das sind zwar nicht meine größten Ängste, aber hier so Horrorkram, das mag ich nicht. Nur noch als kleinen Nachtrag. Und seine letzte Frage ist, wie lautet deine heutige Musikempfehlung? Da triffst du mich echt auf einen Punkt, wo ich überhaupt nicht drin versiert bin. Ich muss sagen, Musik, ja, höre ich nebenbei mal. Aber meistens ist das Videospielmusik, vor allem halt Soundtracks von Videospielen. Was so in den Charts läuft. Natürlich höchstens, wenn mal der Windwall Radio anmacht, weil ich da noch nie so groß affin mit war. Natürlich gibt es ein paar Lieder, die ich mag. Aber fragt mich bitte nicht nach dem Namen. Dann sage ich immer den Windfall. Weißt du noch, dieses Ani, der so und so geht? Und dann weiß er, was ich meine, weil ich mir halt Liedtitel nicht merken kann. Konnte ich noch nie. Also das ist ein Phänomen, das war schon immer so. Also ich habe auch echt kein Talent, was Musik angeht. Was ich aber gerne höre, ist hier der YouTube-Kanal Miracle of Sound. Ich hau euch den mal hier rein von Gav. Finde ich die Stimme super sympathisch von. Also es gibt ja auch so, wer mich länger kennt, weiß, dass ich voll den Stimmfetisch habe. Wenn es Stimmen gibt, die ich nicht mag, dann höre ich die Sachen nicht, weil ich das nicht ertrage. Ist bei Menschen auch so, wenn die Stimme so meh ist, dann mag ich diesen Menschen einfach nicht, weil ich einfach diese Stimme nicht ertragen kann. Ist nicht für jeden verständlich, aber so ticke ich nun mal. Und was könnte ich euch noch empfehlen? Bastille. Kennt ihr Bastille? Höre ich immer gerne nebenbei beim Aufruhen und so. Ich weiß auch nicht, warum, aber das sind jetzt mal so meine aktuellen Fischie-Empfehlungen. Ob sie euch was bringen, weiß ich nicht. Aber wie gesagt, ich bin überhaupt nicht so der Musikmensch. War ich auch noch nie gewesen. Ich habe kein Talent für Musik. Ich höre nicht, was weiß ich was für Musik. Von daher, sorry, ich habe halt Videospielkram und mag Videospielmusik am liebsten. Von daher hoffe ich einigermaßen, vielleicht so ein glitzel kleines bisschen, die Frage beantworten zu können. Aber vielen Dank für deine Fragen. Als nächstes fragt Brot, wo kommt die Bombenliebe her? Oh, okay, das ist auch so ein Ding, das versteht man nur, wenn man bei mir in den Streams reinschaut. Dann sagen wir es mal so, überall wo Bomben sind, freue ich mich mega drüber. Und ich glaube, zu wissen, woher diese Liebe kommt, und zwar von Breath of the Wild. Ohne Witz, ich habe noch nie so viel Mist mit Bomben angestellt wie da. Man hat ja diese runden Bomben, die man werfen kann, und die quadratischen, die man ablegen kann. Und man kann ja einen Teil mal zünden, wie es einem selbst passt zu den Bomben. Und ihr glaubt nicht, wie oft ich rote Fässer oder sowas zusammengesammelt habe, dann eine Bombe in die Mitte gelegt habe, um dann die Gegner dahin zu locken und sowas. Man kann so viel Quatsch in Breath of the Wild machen. Dann hatte ich ja jetzt im Frühling A Link to the Past, auch als Randomizer gespielt, und dann noch Twilight Princess. Und jedes Mal waren die Bomben für mich das Highlight. Bomben und Bombenfeile, ohne Witz. Man kann so viel geilen Scheiß mit Bomben anstellen. Ich mache das einfach total gerne. Du kannst Gegner durch die Luft jagen, du kannst dir das Leben einfacher machen, du kannst Wege öffnen. Ich meine, hey, Bomben sind voll geil in Videospielen. Gehen wir rüber zu Gons Frage. Gons fragt, New Pokémon Snap, wirst du alle Pokémon-Namen kennen? Nein, es gibt mittlerweile wie viele? Über 900? Ich weiß noch nicht mal, wie viele Pokémon es gibt. Ich kriege vielleicht noch komplett die erste Generation auf der Kette und ein bisschen was von der zweiten, aber sonst nur noch so einzelne Pokémon, die hängen geblieben sind vom Namen. Aber ganz ehrlich, um die Pokémon-Namen geht es mir da null. Also da kann auch einer Hip-Hop-Mon heißen, ist mir scheißegal in dem Sinne. Hauptsache ich kann Pokémon Snap spielen, weil da geht es mir darum, diese Pokémon zu fotografieren, neue Pokémon zu entdecken mit verschiedenen Items oder neue Wege. Ich weiß da natürlich noch nicht, wie Pokémon Snap 2, nenne ich das jetzt einfach mal, oder New Pokémon Snap, so heißt es glaube ich richtig, sein wird. Aber die Pokémon-Namen sind mir da so wumper, ganz ehrlich. Mir geht es um dieses Gameplay. Ich habe ja schon immer gesagt, Pokémon Snap ist voll geil. Und dass wir jetzt ein neues angekündigt gekriegt haben, ist einfach mega. Pokémon Snap wird definitiv gekauft. Also da brauche ich nicht drüber nachdenken, wenn es hinterher raus ist. Würde ich es auch liebend gerne streamen. Mal gucken, ich glaube, vor dem nächsten Jahr oder so. Ich glaube, das ist gerade mal in Entwicklung. Brauchen wir damit eh nicht rechnen. Und dann habe ich auch wieder Zeitfenster offen, um das zu machen. Das will ich dann auf jeden Fall streamen. Also Pokémon Snap, da könnt ihr euch hinterher voll drauf verlassen. Wir holen unsere Kamera und stalken Pokémon. Keine Ahnung, wie sie heißen. Ist mir auch voll Wumpe. Hauptsache, wir spielen Pokémon Snap. Als nächstes fragt Shepi, beziehungsweise Blue Painted Shepi, ich nenne ihn immer nur Shepi. Würdest du, wenn in deiner Community die Nachfrage danach entsprechend bestehen sollte, Final Fantasy 7 Remake erneut spielen, aber im Stream? Ja, ich finde Final Fantasy 7 das Remake mega. Bin aber ganz ehrlich, ich habe 40 Stunden gebraucht. Und sagen wir es mal so, sollte ich realistisch gesehen ab November wieder anfangen zu streamen, werden es keine drei Streams in der Woche werden. Das werde ich wahrscheinlich die erste Zeit lang nicht packen. Also im Sinne von, das wird wohl nicht zeitlich klappen. Wenn ich ein oder zwei Streams hinkriegen sollte, wäre das schon viel. Und bei 40 Stunden und dann A2 Stunden Streams, das könnte fast ein Jahr oder so dauern, bis wir das durchkriegen. Weil man muss ja auch die ganzen Ausfälle dann noch mit reinrechnen, die passieren können. Dann kommt auch noch die ganze Weihnachtszeit und sowas. Und ich glaube nicht, dass das realistisch wäre. Vielleicht in einem Jahr von diesem Zeitpunkt an, bis sich das alles so richtig eingerollt oder eingespielt hat und so. Dann könnte es vielleicht was sein. Die nächste Frage ist wieder von Gon und er fragt, Ich glaube, jeder hat als Kind Mensch Ärgere Dich nicht gespielt oder wurde dazu gezwungen. Und welches Kind hat sich noch nie über Mensch Ärgere Dich nicht geärgert? Ich kenne auch keinen Menschen, der das Spiel nicht gespielt hat. Also ganz klar, ja, habe ich. Und welches Spielzeug aus deiner Kindheit vermisst du am meisten? Da gibt es keins. Ich habe mein Kuscheltier, was ich damals von meiner Großmutter bekommen habe. Das habe ich immer noch. Das ist das einzige Spielzeug, wo ich sage, wenn jetzt hier ein Feuer aus, also wirklich sich verbreiten würde. Das einzige, was ich wirklich retten würde an Stofftieren, ist dieses Stofftier. Weil da hänge ich wirklich sehr dran. Und meine Mutter hat immer erzählt, ja, als wir dann umgezogen sind oder als wir dann mal nach Polen gefahren sind und dann irgendwie eine halbe Stunde später gemerkt haben, dieses Stofftier ist nicht dabei, mussten die nach Hause fahren und dieses Stofftier holen, weil sonst hat man mich nicht beruhigt gekriegt. Also ich hänge sehr an diesem Stofftier. Aber sonst vermisse ich kein Spielzeug. Aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der sagt, oh, früher war alles besser und oh, ach, früher war das und das schöner. Ich lebe im Hier und Jetzt. Und es gibt kein Spielzeug, was ich vermisse. Das, was ich am liebsten habe, das besitze ich und mein Stofftier eben. Und das war es halt. Ich hänge da nicht irgendwem oder irgendwas hinterher. So, und die nächste Frage lautet, ein Besuch im Zoo oder in der Natur nach Tieren suchen? Kommt drauf an. In der Natur nach Tieren suchen, wenn man Orte kennt, wo man was sieht, finde ich das ganz toll. Aber Zoo-Besuch ist immer voll geil. Also ich bin gerne im Zoo. Am meisten bin ich im Dortmunder Zoo. Ist nicht weit weg, ist auch nicht sehr teuer und es gibt genug zu gucken, sagen wir es mal so. Also A zu, würde ich sagen, und B, Tiere in der Natur. Weil du musst natürlich auch Glück haben, was zu finden. Als nächstes wieder eine Frage von Sheepy. Und zwar, Nintendo wird hin und wieder der Vorwurf gemacht, dass sie ihre älteren Spiele einfach nur updaten und dann im neuen Guss auf der Switch veröffentlichen. Zum Beispiel Smash Ultimate Splatoon 2 Animal Crossing New Horizons. Ja gut, Animal Crossing New Horizons ist aber ein ganz neues Spiel. Da gibt es ja immer ganz neue. Wie siehst du das? Ich finde das nicht schlecht, ganz ehrlich. Wenn ich Nintendo wäre, würde ich es genauso machen. Nintendo ist ein Konzert, die wollen Geld verdienen. Und wenn du jetzt Splatoon 2 hast, oder jetzt hier in diesem Fall Smash Ultimate, die Wii U lief nicht so gut, das wissen wir alle. Die Switch läuft wie geschnitten Brot. Warum nicht ein fertiges Produkt noch ein bisschen was extra reinstopfen und es dann nochmal verkaufen auf der Konsole, wo es mehr Schott dafür gibt? Ganz ehrlich, als Unternehmen würde ich es genauso machen. Weil natürlich wollen die Geld verdienen. Ist doch so. Deswegen, ich finde das nicht schlimm. Und dann, was würdest du dir von Nintendo im Jahr 2021, 2022 wünschen? Breath of the Wild 2, Pikmin 4. Echo fragt, was denkst du über eine mögliche Fortsetzung zu Mass Effect Andromeda? Habe ich schon mal in einem Video beantwortet. Ich glaube, zur Mass Effect Sammlung, das ich hochgeladen habe. Ich fände es toll. Ich fand den Plot von Mass Effect Andromeda super. Und ich wäre super d'accord damit, wenn sie das nochmal fortsetzen. Würdest du dir den neuen Bond-Film ansehen? Nope. Ich habe hier als Kind einen Bond-Film gesehen. Hier den, ach, ich weiß noch nicht mal, wie der Schauspieler heißt. Aber Bond-Filme interessieren mich ehrlich gesagt null. Also bin ich überhaupt nicht für so. Ja, okay, sie laufen nebenbei im Fernsehen. Okay, man kann vielleicht mal zwei Sekunden reingucken. Als ich noch, ich sag mal, reguläres Fernsehen geguckt habe und nicht nur Netflix und sowas. Aber, naja, es war schon immer nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Hat mich noch nie interessiert. Dann fragt Gon, bei Prügelspielen männlicher oder weiblicher Kämpfer? Kommt auf das Prügelspiel an. In Tekken fand ich immer Jin und, wie hieß sie denn noch? Shaoyu am besten bei Dead or Alive ein, beziehungsweise Hayate, aber ein als Karatekämpfer. Und Ayana am besten. Dann fragt er als nächstes, oder ist es das Moveset und die Story? Nee. Sag ich immer so, Prügelspiele haben in der Regel nicht so tolle Geschichten oder sind total abgedreht. Deswegen habe ich es eigentlich nie großartig gespielt. Also damals mochte ich ja Beat'em Up sehr, sehr gerne. Habe ich sehr viel in meiner Teenie-Zeit gespielt. Aber mittlerweile bin ich da echt raus, muss ich sagen. Und dann fragt er noch, welches ist dein liebstes Oldschool-Prügelspiel und dein letztes modernes? Also 2010 plus. Mein liebstes Oldschool-Prügelspiel ist wahrscheinlich... Boah, lass mich lügen. Dead or Alive 2. Das habe ich wirklich Milliarden Stunden gefühlt gesuchtet. Kennt noch jemand Diss Träger auf der Playstation 1? Diss Träger habe ich auch sehr, sehr gerne gespielt. Und mein modernstes nach 2010 wird wohl Tekken Tag Tournament 2 für die Wii U sein. Danach habe ich keins mehr gekauft. Wie gesagt, ich war da mal voll drin. Ich hatte auch da voll Bock und so drauf. Aber ich bin da rausgewachsen mittlerweile. Lockst du mich damit nicht mehr vor die Konsole oder vor den Computer? Ist tatsächlich so. Dann fragt Brot, wird Fisch hier mal einen einfachen 2x2x2 Würfel versuchen? Nun, ich habe keinen. Dann kann ich ihn noch nicht versuchen. Und in Kuchenform kann ich ihn nicht essen, weil ich keinen Kuchenwürfel habe. Also, in Ermangelung des Gerätes kann ich es nicht ausprobieren. So, und dann fragt als letztes Cardafel, also Sneaky Potato Hero, hat übrigens auch einen YouTube-Kanal. Ich packe euch den mal unten in die Infobox. Jemals bereut mit YouTube angefangen zu haben? Boah, das ist so eine Frage. Es kommt drauf an, wie man YouTube sehen möchte als Hobby. Manche machen das ja tatsächlich auch als Beruf. Also, die müssen davon leben, etc. Ja, was heißt müssen, ne? Ist immer so eine Ansichtssache. Und ich würde im Grunde sagen, nein. Aber, was man lernen muss, wenn man hier auf YouTube ist, ist, es gibt immer Leute, die anderer Meinung als so sind. Es gibt immer diese Menschen, die meinen, nicht nette Sachen in die Kommentare zu schreiben oder komplett aus dem Kontext irgendwas so, ich finde ich kacke, um das jetzt mal auf nett zu formulieren. Da muss man einfach lernen, sich ein dickes Fell anzufressen. Im Sinne von, das nicht an sich ranzulassen oder auch einfach, ey, das ist mein Kanal, ich will so ein Mist nicht auf meinem Kanal haben, wie ihr, ich bin die scheiße. Das war das ganze Kommentar zum Video. Einfach löschen. Man muss ein dickes Fell kriegen. Warum muss sich denn einer da, weiß, dass ich wie benehmen und denken, das wäre auch noch cool? Vielleicht bin ich da zu alt für, um das anders zu verstehen. Aber ich wurde so erzogen, sei nett zu anderen und die sind nett zu dir und nicht, benehm dich wie ein Schwein im Wald. Wisst ihr, was ich meine? Im Grunde, ich bereue es nicht. Aber ich musste auch durch viele Lernphasen gehen, was YouTube angeht, mir auch ein dickeres Fell wachsen lassen. Da bin ich ganz ehrlich, das ist halt so. Aber damit kann man umgehen. Also damit kann man klarkommen. Es dauert halt nur eine Zeit. Da bin ich ganz ehrlich, am Anfang hatte ich da auch Schwierigkeiten mit. Und das ist so. Es hat mich mein allererster negativer Daumen nach unten, damals auf dem alten Kanal, hat mich auch voll runtergezogen. Da will ich überhaupt nicht lügen. Da war ich auch mega traurig drüber. Aber wir sind alle nur Menschen. Wir haben auch nur alle Gefühle. Von daher, das ist okay. Und das war es dann auch schon mit dem FragFischi 4. Es ist doch ein bisschen länger geworden, als ich erwartet hatte. Ich hoffe, euch gefällt dieses Video. Und wenn ja, dann seid ihr alle... Was nehmen wir denn jetzt? Knoblauch-Kartoffel-Brot-Möwen. Um mal zwei kleine Möwen zu ärgern. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ihr wisst ja, tut nicht zu viel, tut nicht zu wenig. Haltet die Ohren steif. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. 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 Musik 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 Musik